Hi Leute, ich mache heute mal eine Roomtour bei mir. Im Zimmer. Hier mein Schreibtisch. Da oben ist der Drohnenumzug. Helikopterzeug. Schreibtisch. PC. Kopfhörer für PC. Ich versuche es nicht. Bett. Bett. Mit Bücherregal. Da unten ist der Schrank. Du kannst dich machen. Wenn ich den Ball nicht wahrlehen würd. Dann bin ich mir vor. Ich muss dann aber… Da werde ich dann halt so ein mitbekommen. Ich kann das jetzt… Ich bin ecc. Ich bin am Überlegen. Ob ich beide und ich würde schützen kann… mit kann man aber auch nicht sagen ob ich mit dem Handy wird machen mein Handy um wen ich nicht einfache und muss ihn nicht ganz fest mir rumschleppen das habe ich immer mit mir dann muss ich nicht so einen großen Platz mit mir rumschleppen auf jeden Fall ich überlege bis zum nächsten Video Ciao Leute